Wenn wir noch früh in der Saison sind, das war bisher viel zu wenig. Alessandro Vecchiuscina ist der Schiedsrichter in diesem Spiel. Anstoß Hertha BSC. Und da haben wir die Aufstellung von Zenith St. Petersburg. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Bedeutet aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein wird. Und so werden es die Herthane heute angehen. Sie gehen es offensiv an. 4-5. Da zieht er ab. Die Fahne ist oben. Das war eine schwierige Entscheidung. Der Einwurf könnte ihn in jetzt eine Chance einbringen. Ein leichter und überflüssiger Ballverlust. Plattenhart. Jetzt könnte es gefährlich werden. Smolnikov. Er nimmt ihm den Ball ab. Er redet es. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Sauberes Technik von ihm. Ballverlust. Das ist es vielleicht. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Und jetzt vielleicht die Chance gibt Ecke. Ecke kommt rein. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Jetzt ist Platz für den Konter. Smolnikov. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Scherbrett. Tolles Zuspiel. Wird es jetzt gefährlich. Jetzt vielleicht. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und das ist noch egal. Abonniert ein immer Wade. Ich und Jesus. da. Ich habe batteries. Untertitelung des ZDF, 2020 Klasse aufgepasst, er hat den Ball Das könnte der Gelegenheit werden Righoni Und er gewinnt den Zweikampf Scherbrett Ibisevic Das sieht vielversprechender aus Veredes Righoni Niklas Stark Da kommt der Pass auf außen Darida Righi Das hätte eine gute Gelegenheit geben können Aber jetzt ist der Ball weg Vorteil ist angezeigt Und er geht Vielleicht jetzt Spannung drin In dieser Partie Ausgleich Mal sehen wie sich das noch weiterentwickelt Und damit alles auf Anfang Es steht 1 zu 1 Plattenart Jetzt müssen Sie aufpassen Lighi Sehne ist noch nicht vorbei Super dazu Jetzt schießt er Junge war das knapp Ja da können Sie jetzt durchatmen Da hinten Da waren Sie doch noch zur Stelle Ahnt hier diesen Pass Weg ist der Ball Wird das eine Torchance Da trennt Schuss Den Helder Und damit verhindert er den Doppelpack Zumindest vorher Geht gut dazwischen Weg ist der Ball Den Ball holt er sich Gutes Auge in dieser Situation Er entscheidet auf Vorteil Righi Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor Er steht im Abseits Gut gesehen Und jetzt gibt es hier noch Gelb Da hat er erst noch den Vorteil Abgewartet Sehr gut gemacht Richtig das Spiel Zunächst weiterlaufen zu lassen Wie die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Den Ball spielt er raus. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sauber vom Ball getrennt hier. Schierbrett. Weiser. Lecky. Super Timing, den Ball holt er sich. Regoni. Jetzt wird es gefährlich. Das ist jetzt seine Chance. Jetzt schießt er. Wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Mit dem Wechsel kommt jetzt ein weiterer Abwehrspiel auf. Ivanovic. Der Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Super dazwischen gegangen. Wird es jetzt gefährlich. Lecky. Klasse Zuspiel. Klasse. Da zieht er ab. Ne, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Die Defensive steht. Der Wieselke. Das könnte gefährlich werden. Und es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Da könnte er jetzt. Das macht das ganz sicher. Müsste Ecke geben und die gibt es auch. Ecke kommt. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Da stand er gut und gibt Freistoß. Klasse. Hquarters. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da trennt er ihn vom Ball. Rigoni. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Das gibt einen Eckball. So, Ecke kommt. Der Ball wurde gut weggefaustet. Ja, schwacher Ball hier. Jetzt müssen sie aufpassen. Und er geht am Gegenspieler. Jetzt kommt der Schuss. Kein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. So was darf man nicht liegen lassen. Gute Aktion. Rigoni. Das macht er sehr gut. Ballverlust. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Mittelstepp. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Ibisevic. Er spielte zurück, guter Doppelpass. Smolnikov. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ja, warum denn nicht? Man muss auch mal aus der Distanz was versuchen. Rigoni. Und das ist der Ballverlust. Mit dem Ball am Fuß, Richtung gegnerisches Tor. Es weint. Fällt das Tor doch noch. Rigoni. Freistoßentscheidung korrekt. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Wird das eine Torchance? Es weint. Szene geht weiter. Rigoni. Da haben sie jetzt Platz. Ganz energisch. Jetzt wird's gefährlich. Da kann er ihn stoppen. Es weint. Verredes. Die Fans geben nicht auf. Sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Fünke natürlich... Schussversuch. Eine starke Parade. Da bin ich mir nicht sicher, da hätte man auch weiterlaufen lassen können. Und das wäre eine richtig gute Chance gewesen. Aber es war wohl knapp abseits. Ein enges Ding bis hierhin. Und noch ein paar Minuten zu spielen. Das könnte gefährlich werden. Er zieht ab. Der geht nicht gleich. Jetzt vielleicht. Oh, den müssen sie jetzt abhaken. Ja. Kein guter Kopfball. harmlos. Verteidigt hat den Ballbesitz. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ball ist draußen. Es gibt Abstoß. Klasse Aktion. Ball ist weg. Darida. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Ja, da ist Platz jetzt. Lieber geht's. Kurzumal. Fossen den weg. Mittelstädt. Ewischewitsch. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Ja, da ist Platz jetzt. Davy Selke. Er fasst sich ein Herz und versucht es. Aber das war zu beweg. Per Kopf zum Mitspieler. Und da verlieren sie den Ball. Und damit ist das Spiel vorbei. So, am Ende werden sie zufrieden sein. Das Ergebnis jedenfalls stimmt. Wird es jetzt gefährlich. Jetzt vielleicht. Protter ist angezeigt. Gut vom Mund verteilt. Und er geht vielleicht jetzt. Magde ihn. Das wird der Zufall. Und nun ein Schuss. Possen. Das könnte die Führung geben. Unfassbar. Der passt. Ein überragendes Tor. Da hat alles gepasst. Jetzt wird es gefährlich. Das ist jetzt seine Chance. Jetzt schießt er. Da könnte jetzt eine Chance. Macht das ganz sicher. Ja. 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 Ich versụcze! Ja. 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 Ja.